Good morning in the morning, ich bin die Fraktante, wir sind zurück nach langer Zeit zu einem erneuten Let's Play mit Township und wir gucken mal, was sich hier so getan hat in der Zeit, wir werden heute auch das Event spielen, habe ich mir überlegt, definitiv und okay, das klicke ich jetzt alles weg, weil ich will eigentlich nur spielen, weil die 5 Teacash nehmen wir natürlich mit weil man merkt, dass ich hier schon nicht mehr länger nicht mehr drin war ich weiß noch nicht, wie lange das Event läuft, auf jeden Fall, wir haben hier ein Zimmer das Zimmer ist natürlich nur schaffbar, wenn ich noch genügend Zeit habe und wie viel Zeit ich habe, weiß ich natürlich nicht werden wir jetzt gleich aber sehen wir haben, ach Leute, ey wir haben 3 Tage 20 Stunden könnt ihr mir ja mal reinschreiben wie lange das ging, wobei hier oben steht 10 Tage 20 Stunden da ist eine Zeit und da ist eine Zeit komisch ich denke, das Event geht 10 Tage 20 Stunden und da ist wahrscheinlich so ein Boni der jetzt nur 3 Tage funktioniert also ey also ey also ey also ey hey Leute waren es länger nicht drin gewesen und zack, ne ja, Karneval also ich werde mir keinen Farmpass mehr holen ihr habt das Ganze ja mitbekommen ähm, wir haben immer geguckt, lohnt sich der Farmpass, lohnt er sich nicht und wenn der sich jetzt nicht geändert hat, dann lohnt er sich halt nicht wir können da ganz, auf ganz schnell mal drüber gucken aber ähm ja gut hier das ist ein Skin, ne für die Schiffe ja, der ist doch, der ist schon ist schon schön, ja das ist auf jeden Fall schön ähm ansonsten, ja ja unten sieht man schon das ist wieder gar nichts für die Leute es ist einfach schade, dass es es so entwickelt hat der Skin ist auch sehr schön, muss ich sagen ja boah, das ist echt schade ist echt ultra schlecht geworden Animationssticker gibt es jetzt nur noch einen sonst gab es doch immer zwei also selbst das wird jetzt auch weniger oh, das ist echt, das ist echt traurig also ne, den hole ich mir definitiv nicht allein schon, weil man ihn nicht so gut schafft also hier bis zum Ende zu kommen finde ich persönlich relativ schwer oh Zeit zum Buddeln auch noch gut, aber das das machen wir oh mein Gott ey, ich möchte doch jetzt mal langsam das ist krass, ne wenn man länger nicht im Spiel war was auf einmal alles hier aufgeht boah, wir sind ganz tief unten 13. Platz gut, ich glaube ich habe auch gar nicht mitgespielt muss ich zugeben dann ist es natürlich nicht so gut ne eben die Dekos oh, die Dekos kenne ich noch nicht aber doch, doch die gab es schon ja klar an den letzten beiden sehe ich es auch weil ich sie schon habe also die Dekos gab es schon also auch nur auf gewärmte Kost leider na gut gehen wir mal ins Event und gucken ob das Event ultra schwer ist oder ob es es ist echt gar kein Farm Spiel mehr es ist eigentlich so ein Event Spiel so ein Candy Crush mit Farm Funktion ist auch irgendwie ein bisschen weird oder? also so ich finde es schon irgendwie ein bisschen sehr komisch hä? ach da sind auch noch die ach du lieber okay die habe ich gar nicht gesehen so machen wir so hier wupp ähm den machen wir so schwierig schwierig ach maaaann mach bloß nicht äh Dings weißt du also hier boah schwierig ja komm ich mach mal die gelben jetzt weg hat auch nichts gebracht mach ich einmal hier so also ist schon eigentlich ein relativ stramme Map direkt wieder muss ich sagen man sieht ja auch ich komme nicht so leicht hier durch jetzt könnte man sagen ja du bist auch kein guter Spieler ja kann sein aber ist schon gut 6 Züge noch über und dafür dass es die erste Map war wär schon schöner wenn es aber mal gucken ich vermute einfach dass es dass es echt schwerer wird wieder nachher also richtig böse schwerer so dass es keinen Spaß mehr macht und man auch nicht nicht weiterkommt und das wäre halt schade oh 50 Cash als nächstes oh die hab ich auch direkt hä ok boah wie viele Punkte hab ich denn bekommen gerade ach man bekommt zweimal zweimal Punkte ist das jetzt gerade aktuell muss ja muss ja so blau auch weg gelb auch weg und zack haben wir schon ah nein Kaugummi ey Leute ihr wisst gar nicht wie sehr ich das Kaugummi hasse mindestens also ey ohne Witz das Kaugummi eigentlich die Hölle boah 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 schwierig also das Level finde ich jetzt schon ähm ja ja doch finde ich relativ schwer ja muss ich gestehen boah ich will jetzt aber noch keine Booster einsetzen oder sowas so wupp wupp ey da oben diese dieses Kaugummi boah boah und jetzt neun ja und schon kommt man nicht weiter klar ich könnte jetzt eins zwei drei viermal also ich könnte jetzt weiterkommen mit dem viermal Besen aber nö seh ich ja gar nicht ein seh ich doch überhaupt nicht ein mach ich nicht aber im zweiten Level schon das ist halt ultra ja ja blöd ist es halt wirklich es ist wirklich und es wird auch nicht besser habe ich das Gefühl oh man so man muss halt auch immer versuchen ein Kaugummi äh weg zu kriegen damit nicht ein neuer Kaugummi wächst das ist ja eins der größten Probleme wenn das Kaugummi wächst hier allein wie viel Kaugummi äh wie viele ja alter Schild warum warum es ist einfach schon wieder so schwer wirklich lassen wir jetzt mal hier beide Bonis an ah ich finde das echt doof so können wir machen hier mal eine ganze Reihe weg blau rot grün ey da oben das Kaugummi wächst schon wieder ja guck mal es ist halt einfach so um das Kaugummi weg zu kriegen muss man ja relativ es ist wirklich nur noch auf Teacash ausgeben ausgelegt durch das Gefühl gib viel Teacash aus damit du die Events schaffst und dann ist die gut aber habe ich keine Lust nööö soll ja eigentlich ein Farmspiel sein naja und deswegen unter anderem kam jetzt ähm von dem Spiel auch ja relativ lange nichts mehr boah ein Zug noch ja und äh soll ich sagen boah das ist echt ernüchternd das ist richtig ernüchternd komm ich mach jetzt mal alle drei Bonis an ich mach jetzt einfach mal ich probier's jetzt einfach ähm hat fast nix gebraucht hat einfach fast nix gebraucht ähm ja ja oh crazy ja elf Züge hm rot grün jetzt ist der weg aber da oben aber da oben es wächst einfach schon wieder da also grün ja was soll ich tun hm hm ja ich habe jetzt noch fünf Züge also da brauche man sich jetzt eigentlich keine Hoffnung machen da wird jetzt auch nix groß mehr passieren hier also zwei Züge noch ist auch wieder vorbei die Runde es ist das ist crazy also da habe ich auch ja da hat man dann nicht so wirklich Lust ne deswegen also wir gehen jetzt hier wieder raus und gucken uns mal ähm den Rest an habe ich schon wirklich lange nicht mehr gespielt ja Karneval Farmpass äh ähm ähm ihr könnt mir ja sagen wie viel ihr im Moment spielt also ähm spielt ihr eher mehr Heyday spielt ihr mehr das hier ähm also ich spiele im Moment muss ich sagen mehr Heyday auch wenn da auch nicht alles gut läuft ist es trotzdem im Moment um einiges besser finde ich Dankeschön Magertown Eva Likes Simon Marie Katzenhausen Skyland Luke Luke Fischi Sunshine Lottenberg Hechtown Das Dorf Wonderland Williamsburg Ernie und einmal vom Spiel kriege ich hier eine kleine Bombe das ist auf jeden Fall auch gut mein Gott muss jetzt mal kurz hier drauf gehen weil sonst ja eine Spitzhacke die nehme ich doch aber dann bitte in Ruhe lassen so ähm können jetzt mal hier gucken könnten könnten ja ne so eine Dingsaufgabe kann ich jetzt nicht nehmen so eine Fragezeichenaufgabe weil das einfach zu riskant wäre weil ich einfach nicht so oft im Spiel bin ähm ich kann auf jeden Fall das hier machen weil zeige ich euch jetzt das ist eigentlich das ist eigentlich immer wenn man nicht viel Zeit hat kann man das ganz gut machen ich hab keinen Weizen ich hab keinen Weizen das darf ja wohl nicht wahr sein so Kiste auf 11 oh 11 Spitzhacken schenken 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 und weg damit so Aufgabe abgeschlossen was sind achso das war wahrscheinlich vom Farmpass oh die Elke hat geholfen Dankeschön zack die Elke im Spiel ja gut da die Brote habe ich jetzt nicht da muss man auf jeden Fall mal gucken vielleicht vielleicht kann ich hier also erstmal muss ich Weizen anbauen und Scheine voll ne oh hat aber viel gepasst noch so ein bisschen Weizen machen muss ich irgendwas verkaufen mein Gott 2 10 Hämmer fehlen noch 10 Hämmer fehlen noch also hier ist es ja auch relativ schwer die Dings zu kriegen die die Tools ne also bei Header ist es ein bisschen einfacher ich will jetzt nicht sagen dass es einfach ist aber auf jeden Fall einfacher einfacher muss man eben hier gucken ok einfacher rer 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 einfacher so was wollte ich eigentlich gucken ich weiß es nicht mehr so das schicken wir einfach weg und hier können wir eben reingucken am Brot wollte ich gucken ich brauche ja Brot und diese komischen Runden brauche ich guck mal hier das Weizen das baue ich ja gerade selber an die Musik habe ich ein bisschen vermisst die Musik eins plus mit Sternchen das ich finde also die Musik ist auch ein bisschen so wie SimCity glaube ich oder kommt mir oder bilde ich mir das jetzt nur ein ich meine dies auch oh nein nur einer ich brauche noch einen davon eigentlich brauche ich davon was ich jetzt gerade geholt habe zwei guck mal Brote habe ich wo macht man das ne da macht man es nicht hier auch nicht nö hä wo macht man denn dieses komische Balding was ist das denn überhaupt na komm wir gehen nochmal gucken da habe ich noch ein bisschen Weizen mit so dann können wir nämlich wieder ein paar Sachen machen und dann heute Abend wenn ich dann nochmal gucke oh nein ich habe nur sieben Brote dann kann man nämlich noch ein paar abgeben dann sind noch ein paar neue da vielleicht also drei Stunden dann ist ein neues da hier das Ding was ist denn das wieso kann ich das nicht sehen was es ist wo macht man das ach das ist irgendwas mit Reis ne das war was mit Reis genau ja gut machen wir noch ein paar Brote das kriegen wir hin zack 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 und so hier vielleicht ne irgendwo wo war das denn mit dem Reis hier ne ach hör auf irgendwo muss das doch sein irgendwie ne ich weiß es echt nicht irgendeiner ist jetzt wieder vor dem Monitor und sagt hier vor dem Handy Mensch Ente da diese Fabrik guck doch hin oder ist es hier ist es ja mit Reis na gut kann ich eh nicht machen ich kann irgendwie gar nichts machen ich habe einfach nichts na gut so ein bisschen milchi knilchi so bringt aber eh nichts ich meine ich kann das abgeben aber dann fehlt trotzdem noch etwas ne also hier ey Hilfe bitten kann ich auch nicht mehr gut alles klar oh guck mal ich mach mal hier einfach bam 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 so paar Geschenke gemacht und schicke nur ein Flugzeug weg ne den auf gar keinen Fall machen wir einfach den und dann bin ich auch wieder raus für heute sehr 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 schade dass das Event so schwer ist ich hätte gerne eine Folge gemacht wo ich wirklich viel am Event spiele wo es auch bockt oder fetzt also wo man wo man sagt ey eigentlich cool aber ja was was soll ich sagen ne was soll ich sagen also ich habe es ja die letzten 20 Let's Plays oder so schon gesagt es ist ein bisschen schade die Entwicklung so 10 T-Cash aber da macht man halt nix das ist halt so so wir sehen uns beim nächsten Mal bis dann Rente tschüss 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 tschüss